hallo ihr lieben ich bin yaru sams und ich spiele männerlord herzlich willkommen zu der folge 7 unser let's play so ich bin ein bisschen im verzug ich musste einen tag auslassen ich muss zugeben ich habe für die heutige folge glaube ich vier wenn ich sogar fünf anläufe gebraucht denn ich habe schon gesagt in der ersten folge dass ich mich mit dem spiel überhaupt nicht auskenne ich habe ziemlich viele fehler in meinem spielstand gemacht und zwar der größte fehler ist dass ich mich um ja ihr seht das schon um den baron um den huldebold von bellenreuth der gar nicht gekümmert hat der hat nämlich schon alle regionen beansprucht und er versucht auch meine region zu beanspruchen daher habe ich oft versucht herauszufinden wie ich am besten vorgehen sollte bei dem letzten video was ich gemacht habe bzw ich sag jetzt testlauf also wurde noch nicht oder wurde gar nicht veröffentlicht wird auch nicht ja habe ich fast geschafft aber ich habe nicht ich weiß nicht wie es geschafft hat er hatte mein mikro nicht angehabt beziehungsweise war an aber in der aufnahmesoftware war mein mikro deaktiviert daher ja schönes video gemacht aber ohne sound ganz toll daher fangen wir heute von vorne an was ich noch sagen muss ja um die um die räuber und die habe ich mich auch nicht gekümmert das habe ich in dem testlauf noch festgestellt das können wir noch versuchen da kommen wir nämlich auch an aber das jetzt einfluss das war doch einfluss glaube ich ich auf zu quatschen jetzt wir fangen an ich muss hier was optimieren in meinem spielstand und zwar wir werden auf jeden fall jede menge waffen brauchen wir produzieren morgen jetzt muss ich mich wieder hier zurecht finden borgner werkstatt haben wir hier da kann ich schon so einstellen in der handels posten dass wir den überschuss verkaufen kann ich mir schon mal freischalten die route also die handelsroute und erstmal auf export so und ich werde hier 36 einstellen die wir dann auf dem lager haben falls wir dann eine neue einheit von morgenschützen brauchen denn wir brauchen 36 mögen so ich habe hier noch freie hofstetten schmiede haben wir einmal da produzieren wir die späre und hier haben wir schuster ich wollte noch die habe ich in eine folge abgerissen das war lass mich mal überlegen die schreinerei die brauche ich auf jeden fall für meine schilder wir haben keine schneiderei so ewig die zweite schmiede bauen eine habe ich ich hätte gern noch zweiter dass wir parallel noch die stangenwaffen herstellen können damit wir noch eine einheit der stangenwaffen milize machen können ja und wie gesagt die schilder oder schilder produzieren ich werde am anfang mal hier die familien abziehen aus dem brennenofen und der abbaugrube denn wir haben jede menge an leben also 383 und von den ziegeln wo habe ich sie hier haben wir 115 die dachziegel die brauchen wir aber für die hofstetten die wir auf stufe 3 ausbauen wollen das möchte ich aber nicht machen höchstens drei damit wir auf die nächste stufe voranschreiten können aber durch den ausbau das war auch ein von den fehlern in meinem testlauf jetzt vor der heutigen folge habe ich viele hofstetten ausgebaut und also ja meine meine bewohner der siedlung die haben an hunger gelitten bevor wir noch anfangen werde ich gerne noch paar gersten felder anlegen den wir produzieren zwar bier aber es ist sehr wenig also das reicht nicht und die gerste fruchtbarkeit die sieht überhaupt nicht schön aus hier in der region hier habe ich noch eine stelle entdeckt da werde ich mit der felder so ein bisschen expandieren ich nutze noch die fläche hier die nehmen wir auf auf jeden fall mit dabei euch zwei felder an wir nehmen alles mit einmal geste und einmal geste andersrum wir werden auch her weizen felder brauchen ich muss noch mal gucken wir könnten den weg von hier aus durchziehen aber wie mache ich das noch mal hier habe ich aber noch leiz und drückbarkeit weizen nehmen wir hier noch mit und jetzt die gäste kann man sehr schlecht sehen aber das kriegen wir schon hin also so wie Und da raus. So, wo noch? Das ist ein Mafia. Hex. Sieben. Acht und... Neun. Okay. Dann nehmen wir die vier hier. Eins, zwei, drei, vier. Gäste. 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 Ja. Gäste. 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 Das war's, oder? Ja. Gut, da brauchen wir... Wir haben November. Okay, da werden wir auf jeden Fall mehrere Familien brauchen. So. Hier ziehen wir die Familien ab. Wir brauchen auf jeden Fall viel Holz. Und Brennstoff. So. Die würde ich gerne ausbauen. Da brauchen wir Brennstoff. Okay, wir gehen auf Play. Ich habe natürlich auch Fehler gemacht, dass ich Hofstetten ohne Zusatzgrundstück, sag ich, also Erweiterung gebaut habe. Da kann ich nichts ausbauen. Beziehungsweise keinen Garten anlegen. Und so weiter. Ich muss auf jeden Fall jetzt neue Hofstetten planen. Denn wir werden natürlich auch Familien brauchen. Wir brauchen viele Soldaten. Beziehungsweise Miliz. So, da haben wir eine Nachricht. Räuber in der Nähe. Uns erreichen Berichte über eine Räuberbande, die in der Nähe durch die Wande zieht. Sollen wir ihre Schritte verfolgen? Ich sag erstmal, wir werden bereit sein. Okay, dann die. Zurück. Einmal Pause. Gefolge habe ich. Im Stück. Geld habe ich nicht. So, mit dem Gefolge. Oder mit der Gefolge. Mit dem Gefolge, glaube ich. So. Die sollen da hinlatschen. Also, das habe ich in meinem Testlauf schon geschaut. Das ist verlassen. Das Lager. Da holen wir uns. Genau. Da werden wir das Lager plündern. So. Zurück zu den Bauvorhaben. Ich habe in dem Bauernhaus jeweils eine Familie. Die lasse ich da drin erstecken. Nicht, dass ich wegen meinem Micromanagement irgendwie vergesse, wieder Familien zuzuweisen. Somit. Es ist mal kurze Pause. Also, somit möchte ich auch was klarstellen. Also, ich bin für jeden Tipp und für die Anregung dankbar. Also, die heiße ich willkommen. Wie gesagt, ich bin kein Profi in dem Spiel. Also, ich spiele das erste Mal. Und es ist nicht so, dass ich euch jetzt zeigen möchte, wie man das Spiel spielt. Also, ich zeige euch, wie ich das Spiel spiele und wie ich mit dem Spiel klarkomme. Also, Michael speziell für dich. Also, vielen Dank nochmal für deine Tipps. Mach dir keinen Kopf. Wie gesagt, ich lese gerne eure Tipps und ich nehme auch viel mit und versuche es auch natürlich umzusetzen. So, jetzt kann es weiter gehen. Ich möchte unbedingt hier ausbauen. Das dauert noch ein bisschen. Zwei Familien haben wir. Dann versuche ich eine hier noch in das Lager rein zu bringen. Ich habe jetzt auf einen Brennstoffstand gehofft. So, wo sind meine Jungs? Die sind schon auf dem Weg. Okay. Dann können wir hier weitermachen. Ich werde die nächste Hofstätte planen. Und zwar hier. Und hier. Und hier. So. Dritter geht noch, aber... Das wird noch knapp werden. Das wird noch knapp werden. Ich werde hier eine Familie abziehen, damit es schneller geht, das Bauern. So. Hier könnte ich auch schon mal. Zwei Hofstätten, glaube ich. Ich versuche es jetzt mal so. So könnte es klappen. So, machen wir ein bisschen schneller. Oder ganz schnell. Dauert das so lange, bis ich mein Holz zusammenkriege. Kriegsbeuter. So, Kriegsbeuter. So. So. jetzt haben wir 150. Da war noch irgendwo ein... Dann können wir... hier. Hier hat er noch die Baufunktion ausgewählt. so. Dann lassen wir meine Leute noch hier das Lager plündern. Und jetzt können wir zurück nach Hause. Kann ich immer noch nichts ausbauen. So. Okay, dann nochmal schneller. Hier Bauholz. Okay. Wie habe ich das vorhin gemacht? Dann bauen wir so rum. So. Die nächste Bauernmaßnahme. Die Leichengrube kommt hier weg. Und die setzt sich hier hinter die Kirche. Denn ich brauche da unten Platz für die nächsten Häuser. So. Verbinden wir hier so. Kann immer noch nichts ausbauen. Kann immer noch nichts ausbauen. Auch nicht. 3 Bauholz. Ein Bauholz brauche ich noch. Dann bauen wir hier aus. So. Hier müssen wir auch weiter planen. Wie machen wir das hier? Dann gehen wir Sorum. Dann gehen wir Sorum. Dann gehen wir Sorum. Okay. Kann ich die jetzt verbessern. Dann machen wir hier. Dann machen wir das. Dann machen wir das hier. Dann machen wir das hier aus. Dann machen wir das jetzt noch. rost haustag in einer familie raus leichengruppe ist fertig da kommt einer rein und hier kommt einer rein nahrung sechs brennstoff sechs monate ok und kriegsbeute super also wieder ab in meiner schatzkammer damit und unser gefolger kann wieder nach hause so verlassen wir die stehen hier neben der 2 kriegsbögen so späre 36 ja wir brauchen die schilder hier bauen wir aus ich muss hier unbedingt noch brummen einplan ich glaube hier können wir auch so kleinen marktplatz machen ach so wir haben kein material sehr schön ja in dem schnee kann man leider nicht so viel so 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 naja ich werde dann wieder gerne hofstetten noch mit gemüse und gemüse und hühner hühner stall bauen hier machen wir noch gemüse hier geht gar nichts so 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 ich weiß nicht wie das jetzt hier passt so so Das sieht nicht gut aus. Nein, das habe ich nicht so gut gemacht. Dann machen wir das. So, nehmen wir eine Haufstätte und wieder Holz. Dann warten wir mal. Das war's noch. Da, da war's noch. Hier brauchen wir, alles klar. Nächster im Auftrag. 36 Spärs. Gut. In dem Fall gehe ich jetzt in eine Schmiede auf die Stangenwaffen. Da brauchen wir keine Schilder, nur die Stangenwaffen. Und hier sollte noch die zweite Schmiede daneben hin. So, wo sind meine Jungs? Sind die schon zu Hause? So. 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 So, eine Stangenwaffe ist schon da, sehr gut. Und wieder Gemüsegarten. Da sind sie, ich habe sie vorhin nicht gesehen. Okay, auf dem Weg nach Hause. Ich nehme hier irgendwo einen Ruchsenrauch. Achso, ich dachte jetzt, dann ist gut. Das ist eine Knappe. Ich habe hier eine Kiste mit der Bretter, denn wir brauchen Bretter für die Schilder und Bögen. Ja, Bretter brauche ich auch für die Schreinerei. Okay, oh mein Gott. Dann muss ich hier pausieren, damit wir die Bretter zusammen bekommen. Ich glaube, die werden auch für die Stangenwaffen jetzt gebraucht. Okay. Okay. Spiele. Naja. Ich möchte nicht pausieren. So. Mein Gefolge ist wieder da. Das ist super. Ich werde ein bisschen verbessern. So. Da kommt noch ein Kollege dazu, den gleich verbessern. Kriegen wir das noch hin bei dem nächsten? Okay. Dann machen wir das heben. Ja. Kurz pausieren. Oder. Ich muss mir was anschauen. Wo habe ich Silkegrube? Wohnhaus. Da kommt mehr. Ich hoffe, dass das was bringt jetzt. Dass wir dann mehr Leute in der Hofstätte haben, dass die auch mithelfen können. Ich hoffe, dass das was bewirkt. So. Hier wollte ich die zweite Schmiede. Da sind wir noch am Baum. Dann machen wir wieder ein bisschen schneller. Pausiert. Schmiede Pausiert. Und weiter geht's. Sehr gut. Mal gucken, ob da was passiert. Oh Gott. Da noch eine Familie rein. Passiert nicht viel. Schmiede. Na gut. Na gut. Na gut. Mal gucken. Na gut. Schmiede deaktiviert, da ist auch deaktiviert. Hier wird ausgebaut. Ja, schönes Andos. So, fünf Bretter, super. Ich brauche unbedingt die Schreinerei, und zwar die Schilder. Ich glaube, das hat was gebracht jetzt mit der Familie. Gugner Werkstatt lasse ich erst einmal so, Schmiede muss ich aber aktivieren. Die Hofstätte muss ich auch bald ausbauen. Jetzt muss ich noch bei der anderen Familie gucken. Das ist die Hofstätte, die werde ich auch ... Ach so, ach so, ach so. Die wird ausgebaut. Gut. Gut. Wie viel Holz haben wir? Dann planen wir die nächsten Haftstätten. Hier machte eine mit großen Garten. Und eine hier kann noch Marktplatz hin. Und dann geht's. Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein. Ich bin ein, ich bin ein, wir auf unsere gute Selektion. Berries, berries! Berst in mit Flavor, fit für ein Kink. so passt hier noch was, ich wollte den Baum behalten dann die nächste Hofstätte versuche ich hier wie sieht es jetzt aus, besser, also die Schleerei ist noch nicht im Betrieb, alles wegen ich hoffe ich hoffe ich habe hier Oh. Ich war gerade am überlegen, ob ich vielleicht die nächste Sägegrube bauen soll. Weiß nicht, ob das so gute Idee ist. Ich glaube aber schon, oder? Holz geht. Also im Moment. Im Moment, das ist immer, wenn ich was bauen will, dann habe ich kein Holz, jetzt habe ich genug. Naja. Ah, da habe ich noch eine Familie hinzugefügt. Ähm. Ich bin in Freitano. Ich bin in Freitano. Nahrung im Auge behalten. Da machen wir noch Eier. Und eine oder zwei Familien wäre noch schön für diese Sägegrube, für die zweite. Mollen wir uns noch einen Ochsen. Ja. Ich bin in Freitano. Gibt's. Brennholz. Gibt's. Aus. Brennholz. Dann eine Familie hier hin. Nein, auch so dahin. Nährung fünf Monate. Dann sind wir noch im Ausbahn. Oh, keine Schmiede. Keine Familie. So. Steak. Aber ganz langsam. So. Februar haben wir jetzt ein Problem mit den Bauernhöfen. Ich muss noch schauen, wo die nächsten Hofstätten kommen. Ja, mache ich hier weiter. Wir brauchen bald wieder jemanden in dem Forsthaus. Und hier eine Sammlerhütte. Da habe ich auch Familien abgezogen. So, ich mache ein bisschen schneller, damit der Bau ein bisschen vorankommt. Und hier werde ich noch lieber planen. Denn wir haben in der Nähe dann unser Bauernhaus. Dass die Häuser dann ein bisschen in der Nähe sind. Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte hier. Ja. Okay, dann machen wir das so. So, wie sieht's hier aus? Wie sieht's hier aus, wollte ich sagen. So, hier können wir. Eine so rum. Eine so rum. Oder zwei. Ne, eine machen wir. Gut. Ja, ich brauche die Ochsen zum Schleppen. Damit ordentlich gebaut werden kann. Ich meine, mit einer Familie geht dann nicht so schnell, aber. So, Erwärterung fertig. Und das war die Schmiede. Und da bin ich gespannt, wie das aussieht mit der, mit der Nahrung bald. Okay. Wie sieht's jetzt mit der Bretter aus? Sehr gut. Gut. Die Schmiede läuft. Die Schmiede. Jetzt habe ich vergessen, was wir hier produzieren. Das sind die Stangenwaffen. Hier können wir auch nochmal. Hat mich verklickt. Die Stangenwaffen produzieren. Der Speer, da haben wir genug. 44. So, Schatzkammer. Na, ich muss gucken. Hier gehen wir diplomatische Strecke. Gefolgs werden seltener. Ich suche gerade das Herrenhaus. Bei einem Zehnt geht's um Einfluss. Ich nehme nur ein Prozent. Ich möchte, ähm, ich möchte nicht, dass wir zu viel Nahrung verlieren. Also die Kirche erhält einen Anteil der überschüssigen Nahrung und steigert im Gegenzug ihren Einfluss. Ja, ein Prozent reicht erstmal. Ich habe natürlich mit dem Testlauf gleich zehn Prozent drauf geknallt, sag ich. Und, ja, sah schön aus, aber mit der Nahrung dann nicht mehr. Also den Fehler mache ich nicht nochmal. So. Die Schnellerei läuft. Da produzieren wir unsere Schilde. Produzieren aber langsam. Machen wir nicht noch hier eine. eine. Eine Reihe. Auch wieder Brennstoffstand. So, hier kommen auch noch eine Familie hin, damit das schneller geht. Hier haben wir schon. Hier haben wir nichts. Ja, hier könnten wir ausbauen auf Stufe 3, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt wagen soll. Eine können wir schon. Müssen wir hinbekommen. So, da haben wir niemanden. Ich mache jetzt ein bisschen schneller. So, was machen wir nun? Du kommst erst mal hier raus und kommst da rein, um zu helfen. Du kommst jetzt ... Ach, noch nicht. Du kannst hier helfen. Oh, wie schaut's jetzt aus? Ein großes Schild, Stangenwaffen. Die sind jetzt am 16 angestiegen. Also am 16 auch angestiegen. Sperrkampf am Miliz. Da melden sich die, die ich ausgebaut habe. Das ist natürlich toll, dass ich jetzt keine Leute habe für den Brennstoffstand. Mit Britten läuft's nicht so gut. Ich nehme hier eine. Oh, kommt wieder eine da hin. Jetzt haben wir zweite Familie da. Ich hoffe, dass das ein bisschen schneller geht mit der Waffen, also mit der Waffenproduktion. Ja, 19, hier 29. Ja, 20. Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein. Und hier müssen wir uns schnell um die Gemüsegärten kümmern. Hier kommt noch ein Hühnerstall hin. Und wir planen gleich die nächsten. Ich glaube, hier mache ich so eine Runde. Und hier, ja, gute Frage. Oh, ja. Ich war jetzt am überlegen, wie ich das hier mache. Warum nicht? Zwei. Hier die Hühner. So, mit der Nahrung sieht es nicht so gut aus. Ich glaube, ich nehme eine Familie hier raus. Die muss hier helfen. Hier wieder eine raus und hier eine rein. Oh, so wollte ich es. Hier sind wir auch fleißig anbauen. So, wir haben wieder 50. Da kann ich mich noch ein bisschen um mein Gefolge kümmern. Da können wir die Nächsten anhören. Und ja. Verbessern kann ich noch nicht. Gut. Habe ich hier was verpasst? Nein, habe ich nicht. Gut. Hier brauchen wir bald eine Familie. Habe ich jetzt mal eine Mälzerei ab. So, zwei große Schilder. Sehr gut. Ja, wir brauchen jetzt Familien, ne? Damit wir dann mehr Milize haben. Mit den Waffen sieht das schon gut aus. Ja, bis auf die große Schilder. So, die Nahrung nicht so gut. Ja. War mir nicht sicher, ob ich da die Familie herausgenommen habe. Da ein Pferd. So weiß man auch. Keine Hofstätte fertig. Ach, nochmal kurz schneller. Da habe ich schon alle definiert. Ja. Ich glaube, hier schafft das die eine Familie. Das ist. So, das ist ja. Das ist ja gut. Wie war sie? Wie war sie? Ich glaube, das ist ja. Ja, ich war sie. Wie war sie eigentlich. Und ich hab sie hier. Wie war sie? Und ich hab sie. immer schön daran denken dass wir hier nicht verhungern da habe ich schon da auch ja ich mache hier noch mal wie nach stadt hier mal 18 ich weiß nicht ob ich das gut finde es Welche weiter war das jetzt? Hier haben wir schon alle Steffeniad. Gut. So, wo ist die Ame jetzt? Ja, kommen Sie. Und das machen wir nur noch. Das ist aber Quatsch, nein? Dann lassen wir es so, wie es ist. Hier machen wir wieder Gemüse. Hier nicht. Ich habe alles ausgegeben. Okay. Die kommen langsam aber sicher. Ich überlege, wo ich meine Armee positionieren soll. Beziehungsweise Miliz. Ich mache wieder ein bisschen schneller. Nimm mich raus. Also, das macht mich jetzt wahnsinnig mit der Nahrung. Mai haben wir. Da müssen wir noch mit den Chamelea hin in den Speicher. Ja. Kommen die zu uns? Ich glaube schon, ne? Gut. Also, was heißt gut? Gut ist das nicht, aber... So, mein Gefolge. So, mein Gefolge. So, hier hin mit euch. Sperrkampf. Hier auch. Ja, ich hoffe, dass die dann... ...dass die dann erfolgreich werden. Sie bin. Woher? Hal, ich bin ja. Ah... Dann warte mal alles. Ich bin ja, die Frage. So, wassit? ... egal. Es ist kein Problem. Ich bin ja so, wenn ich das drinziere, mit einer neuen Bremse. Ich bin ja, ich bin ja immer wieder runter. Nachdenkeide, ich bin ja immer wieder draußen. Ich bin ja nicht wieder. Ja, ich bin ja. ich habe auflaufen gestellt gehabt nicht gut dann sind sie nämlich müde und ja alle kräfte ausnutzen im kampf ja wir warten und hoffen aufs beste na wo sind sie denn ja 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 kurze pause ich habe endlich eine neue familie da und jetzt habe ich vergessen wo ich die hinzufügen wollte was nutzen hier die bären abzuflecken so jetzt können wir hier weitermachen so drückt uns die da um ja 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 Was ist der Klootzbild? Was sieht hier eigentlich aus? Wir haben es geschafft, ihr Lieben. Aber das ist jetzt noch nicht alles, ne? Wir haben es geschafft und zwar da kommt noch der Baron später. Ja, stimmt. Ich würde gerne an der Stelle, wenn der Kampf dann vorbei ist, Schluss machen für die Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja, es war ein bisschen langweilig immer warten, bis was passiert, beziehungsweise bis wir dann Baumaterial haben. Aber das war wirklich sehr wichtig, dass wir ein paar Waffen zusammen bekommen, damit wir den Kampf überstehen können. Wie gesagt, der Baron der Humboldt kommt noch auf uns zu. Da muss ich mir Gedanken machen, wie ich dann weiter folgehe. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen und freue mich auf euch natürlich bei der nächsten Folge. Mach's gut. Ciao.